Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixel-Lating-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe schauen wir uns den 2008er Renault Megane R26R an. Ein auf 450 Stück limitiertes Sondermodell der zweiten Megane-Generation. Und wie ich finde, eine ganz besondere Ausführung dieses Meganes. Warum und wieso ich die so besonders finde, das versuche ich dir in der heutigen Folge etwas näher zu bringen. Aber bevor ich das tue, möchte ich dir erstmal erklären, wie kannst denn du diesen R26R freischalten. Das geht über nur einen einzigen Weg und das wird dem einen oder anderen wahrscheinlich nicht so gefallen. Denn dazu muss man den neuen Eliminator-Modus spielen. Und ich weiß, nicht jedem gefällt dieser Modus, aber den, den er gefällt, die schalten ihn dann wahrscheinlich so oder so frei. Denn man muss beim Eliminator Stufe 10 erreichen, dann kriegt man dieses Fahrzeug geschenkt. Über die Automesse, so wie beim Toyota Supra, ist das Fahrzeug nicht zu erwerben. Einzige Alternative wäre halt wirklich das Auktionshaus. Aber ich glaube, da den zu finden, wird ein bisschen schwer. Wir können es ja gerne mal versuchen. Ich habe es im Vorfeld auch mal versucht, da nochmal zu gucken, ob es einen zweiten gibt. Ist auch noch voreingestellt. Aber ja, ich habe nichts gefunden. Also noch hat ihn niemand reingestellt. Vielleicht, wenn man ein bisschen Glück hat, dann kann man den Eliminator-Modus umgehen, wenn man das denn möchte, wenn einem der Modus eben nicht gefällt. Aber um den Modus soll es heute nicht gehen, sondern eben um diesen R26R. Und ich würde sagen, da werfen wir einen ganz kurzen Blick mal drauf auf das Fahrzeug. Und wir sehen schon, ja, er kommt schon sehr sportlich daher. So eine besondere Lackierung, rote Felgen, eine Carbon-Motorhaube, wo sich auch ein ganz besonderes Aggregat drin befindet. Dazu aber gleich mehr. Und auch sonst, wenn man so auf die Details achtet, so Überrollkäfig, entsprechende Schalensitze. Das sieht schon sehr, sehr sportlich und sehr besonders aus. Und das versuche ich dir natürlich in der heutigen Folge etwas näher zu bringen. Warum und wieso das so drin ist. Und naja, was es halt auch schlussendlich bringt. Und ich würde sagen, wir sitzen aber erstmal rein. Denn so ein Fahrzeug muss man definitiv fahrend erleben. Und wir gehen aber nicht direkt, wie sonst üblich, auf die PX-Teststrecke. Denn ich würde sagen, bevor wir auf die PX-Teststrecke gehen, muss man zu dem Fahrzeug ein paar Details wissen, um besser zu verstehen, was das Fahrzeug denn da eigentlich auf dieser Teststrecke so macht und wie es da so performt. Deswegen trotzdem Motor an und mal rausfahren. Ja, wie schon erklärt, es handelt sich hierbei um die zweite Megane-Generation und davon eben ein Sondermodell. Und damals beim Megane gab es auch schon ein Megane RS, welcher eigentlich so die sportlichste Version des Megane war. Also so wie bei der dritten Generation, den wir ja hier im Spiel haben, gibt es ja auch einen Megane RS, den 250er. Dann bei der vierten Generation gibt es ja ebenfalls einen Megane RS, den wir jetzt dann auch bald ins Spiel bekommen. Freue ich mich schon sehr drauf. Aber eben auch schon bei der zweiten Generation gab es eben so einen Megane RS. Der hatte einen 2-Liter-Reihen-Vierzylinder-Turbomotor mit bis zu 224 PS und 300 Nm Drehmoment. Das war schon nicht schlecht. Das war so im Jahre 2005, 2006 rum. Also das ist schon ganz ordentlich gewesen für so einen Kompaktsportler. Aber, naja, wenn man in das Jahr 2005, 2006 blickt, da ist was ganz Besonderes passiert. Gerade für die Marke Renault. Und zwar, wenn wir mal den Blick in die Formel 1 werfen. Da wurde nämlich Fernando Alonso mit Renault Formel 1 Weltmeister. Und auch Renault selbst wurde Konstrukteursweltmeister im Jahre 2005 und 2006. Und da hat dann Renault gedacht, hm, ja, wir haben jetzt zwar so einen Megane RS, aber wie wäre es, wenn wir da eine Sonderedition machen? Und dann haben sie das auch getan. Und dann ist nämlich entstanden, zur Hommage oder zur Anlehnung oder zum Gedenken an die Titel 2005 und 2006 ist eine auf 150 Stück limitierte Sonderauflage des Megane RS entstanden, die sich dann geschimpft hat, Megane, Renault Sport, F1 Team, R26. Warum und wieso R26? Das hat nichts mit dem Motor oder sonst was zu tun, sondern mit dem Fahrzeug aus der Saison 2006. Das war nämlich der Renault R26, der dort in der Formel 1 eingesetzt wurde und auch Weltmeister wurde. Und das Besondere an dieser Sonderedition war, ja, nochmal der Hinweis, wir sind nicht bei der Sonderedition. Warum erzähle ich dir was über eine andere Sonderedition? Das hat was mit dem hier zu tun. Wir werden gleich drauf kommen. Ich würde sagen, wir starten erstmal so ein kleines Rennen währenddessen, wo ich mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen blamieren werde, weil ich mich ein bisschen konzentrieren möchte, was ich dir erzähle. Denn ich habe ziemlich viel Fakten vorbereitet, aber glaubt mir, die haben es in sich. Also, wir sind immer noch beim Megane Renault Sport F1 Team R26. Was für ein Name, was für ein Fahrzeug. Wir haben dort ebenfalls einen 2-Liter-Reihen-Vierzylinder-Turbomotor. Genauer gesagt, ein Twin-Scroll-Turbomotor, also ein Turbolader mit zwei Abgaskanälen, wenn man es genau nimmt. Der leistete dann 230 PS und 310 Newtonmeter Drehmoment. Also ein bisschen mehr. Und das war möglich durch eine überarbeitete Motorsteuerung und eine modifizierte Abgasanlage. Das wirklich Besondere allerdings an dem Motor war, in welchem Bereich das Drehmoment angelegen hat. Nämlich von 2.000 Umdrehungen bis 6.000 Umdrehungen haben bis zu 90% des maximalen Drehmoments angelegen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also, wenn wir jetzt hier mal konkret den hier nehmen, also den R26.R hier, würden wir... Okay, ich verliere jetzt Plätze, aber das ist nur zur Anschauung. Würde ich jetzt... Na, lassen wir mal. Ne, war das ein bisschen blöd. So. Würde ich ab hier, jetzt bin ich bei über 2.000 bis... Ja, das dauert jetzt ein bisschen, aber bis 6.000 Umdrehungen. Umdrehungen, also 6.000 Touren, mehr oder weniger fast das komplette maximale Drehmoment anliegen haben. Das ist schon krass, wie ich finde. Also, es ist schon ordentlich Tempo drin im Fahrzeug. Ja, wir fahren jetzt einfach mal weiter. Ich habe jetzt ein bisschen die Konkurrenz weg da fahren lassen, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Ähm, des Weiteren wurde aber trotzdem noch ein bisschen mehr gemacht bei diesem Sport F1-Team R26. Ja, wir sind immer noch nicht bei dem hier, aber das hat alles seinen Grund. Ich wiederhole mich da nochmal. Des Weiteren wurde nämlich das Fahrwerk komplett überarbeitet und sportlicher gemacht. Was da unter anderem verändert wurde? Naja, es gab neue Stoßdämpfer. Es gab straffere Federraten vorne. Eine verkürzte Federwege hinten. Es gab einen verbesserten Frontstabi. Es gab optimiertes und größere dimensioniertes Radlager und Radachsen hinten. Und das Ganze hat es natürlich komplett noch natürlich viel sportlicher schon mal dastehen lassen. Also, jeder, der diese Begriffe ein bisschen was sagen und was da gemacht wurde, gerade bei einem Frontkratzer. Ja, wir haben Frontantrieb. Ähm, das ist schon ordentlich. Das ist schon nicht schlecht. Des Weiteren gab es ein Sperrdifferenzial vorne. 18 Zoll Leichtmetallräder. Und jetzt kommt der Oberhammer für so ein Fahrzeug. Es gab eine Bremsscheibe vorne, eine neue, mit 312 mm Durchmesser. Dazu eine 4-Kolben-Bremsanlage von Brembo. Und hinten gab es eine 300 mm Durchmesser-Bremsscheibe. Also, richtig ordentlich, was da dann verbaut wurde. Und das Ganze natürlich kombiniert, kann natürlich nur einem Zweck dienen. Das sollte ein Megane RS oder ein Megane sein, der einfach auf der Rennstrecke funktioniert. Der einfach sportlich ist, wie sonst was. Und das einfach, ja, als Hommage, als Anlehnung, als Erinnerung an die 2005 und 2006 gewonnene Formel 1 Weltmeisterschaft. Mega cool, mega geil, absolut. Und jetzt fragst du dich, ja, das klingt doch alles cool, aber warum haben wir jetzt den hier ins Spiel bekommen? Naja, Renault war das nicht genug. Wir haben gedacht, ein paar Jahre später, wir könnten doch viel mehr da noch rausholen aus der Kiste, oder? Genau. Und deswegen ist der hier entstanden, ja. Ja, das war alles nicht genug. Dann ist der Renault Megane R26 Punkt R. Also, wenn man schon mal den R26 nimmt von gerade eben und dann nochmal Punkt R hinten dran haut, was könnte das bedeuten? Richtig, nochmal mehr für die Rennstrecke. Und zwar, insgesamt kann man schon mal sagen, dass dieses Fahrzeug viel, viel auf, naja, nicht nur Rennstrecken-Performance Wert gelegt wurde, sondern auch, ja, was macht man, wenn man auf die Rennstrecke geht, erstmal unnötiges Gewicht rauswerfen. Und ich glaube, das sieht man dem Fahrzeug auch so ein bisschen schon an. Da wurde richtig viel Gewicht gespart. Konkret im Vergleich zu dieser F1-Edition 123 Kilogramm weniger. Das ist mega. Und wie ist es möglich? Naja, zu einem durch diese Carbon-Moderhaube, die wir schon gesehen haben, zu einem, weil wir keine Rückbank mehr hinten drin haben, wir, ja, oder es wurde auf die meisten Airbags verzichtet, also der Beifahrer, sorry, du hast kein Airbag mehr, es gibt auch keine Seiten-Airbags, es gibt eigentlich nur den einen Front-Airbag für den Fahrer. Es gibt keinen Heckscheinwischer, es gibt keine Nebelscheinwerfer, das sind nur so irgendwelche Plastikabdeckungen da unten drin. Es gibt keine Scheinwerfer-Waschanlagen, also vorne, dass da so die Waschanlage vorne raus spritzt oder so, gibt's nicht mehr, haben sie auch rausgenommen. Die meiste, das meiste an der Lärmschutzdämmung wurde entfernt, ja, also wir hören da einfach immer noch den vollen Motor, sollte so sein. Und es gibt, naja, immerhin noch eine optionale Klimaanlage, aber eigentlich ist sie auch rausgeflogen. So wurden ordentlich Gewicht gespart, konkret sprechen wir hier von knapp 1,3 Tonnen Gewicht, ja, der F1 hatte normal so über 1,4 Tonnen, das ist natürlich schon ordentlich, aber dann und damit noch nicht das Ende, ja. Also das alles, was ich euch zum F1 erzählt habe, ist hier auch drin, ja, der basiert auf dem, aber er ist krasser und das ist das Tolle. Also, was wurde noch gemacht? Natürlich das Fahrwerk nochmals verbessert, speziell für die Rennstrecke angepasst. Wir haben einen etwas größeren Heckspoiler, das hatte die F1-Edition auch nicht. Wir haben Sportsitze, ne, auch Carbon-Schalensitze wohlgemerkt mit 6-Punkt-Gurten. Wir haben Überrollkäfig, der allerdings optional war, wir haben aber diese optionale Geschichte hier. Und serienmäßig kam das Fahrzeug mit Michelin-Pilot Sport 2-Reifen daher, also richtige Sportreifen. Und tatsächlich im Spiel haben wir hier auch Sportreifen direkt schon am Start, was das Fahrzeug in der, wenn wir oben hingucken, in der A704-Klasse unmenschlich viel Grip gibt, einfach in der Serie schon. Also, kripttechnisch muss man hier wirklich nichts mehr machen. Ja, das ist alles gepaart, lässt das Fahrzeug von 0 auf 100 in 6 Sekunden beschleunigen. Probieren wir mal aus, auch wenn die Straße hier leicht abschüssig ist und vielleicht aber auch ein bisschen feucht. Gucken wir mal, 6 Sekunden, gucken wir mal. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich würde sagen, das kommt ungefähr hin. Höchstgeschwindigkeit liegt bei 237 kmh, ist auch nicht schlecht für die Zeit. Wir erinnern uns, wir sind hier im Jahre 2008. Das ist schon über 10 Jahre her, das ist schon ordentlich und sehr, sehr spritzig. Optisch lässt sich natürlich darüber streiten, mein Fall ist es nicht. Die Renaults haben damals meiner Meinung nach nicht so schön ausgesehen. Im Vergleich zu heute sehen die schon richtig knackig aus. Aber ich glaube, über die Leistung müssen wir nicht diskutieren. Das ist schon der Hammer. Und jetzt weißt du mehr als genug über dieses Fahrzeug und was das Fahrzeug so besonders macht. Und ich würde sagen, jetzt sind wir bestens gerüstet, um auf die PX-Teststrecke zu gehen. Und ich würde sagen, ich habe erstmal genug gelabert. Ich muss einen Schluck trinken, um meine Kehle zu befeuchten. Aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt den vollen Spielsound und natürlich diesen 4-Liter-Reihen-Vierzylinder-Turbomotor nochmal in vollen Zügen zum Genießen. Gerade das Nachblubbern klingt nicht schlecht. Man muss natürlich immer sagen, im Verhältnis für Forza ist es okay. Ist natürlich jetzt kein Hammer, aber ich finde es okay. Ich würde sagen, viel Spaß mit der Runde und dann schauen wir mal, was für eine Rundenzeit denn da so rausspringt. Viel Spaß! Ich würde sagen, viel Spaß mit der Runde und dann schauen wir mal, was für eine Runde ist. Ich würde sagen, viel Spaß mit der Runde ist. Ich würde sagen, viel Spaß mit der Runde ist. Ich würde sagen, viel Spaß mit der Runde ist. Und da haben wir die Zeit. Eine 2 Minuten 21,991 und damit sortiert sich das Fahrzeug zwar in der A-Klasse aktuell in unserer Liste etwas im unteren Bereich ein, aber trotzdem schlägt das Fahrzeuge, die ja eigentlich einen höheren Leistungsindex haben. Das ist schon ganz ordentlich. Also hier unter anderem den 968 Turbo S von Porsche, ein E46 M3. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon krass. Also ist natürlich fast zeitgleich und ich sage ja immer, so fünf Zehntel muss man immer Toleranz einberechnen, aber das ist trotzdem krass. Muss man sich mal vorstellen. Das Fahrzeug schlägt einen M3 E46 oder formulieren wir es ein bisschen fairer, die beiden sind ungefähr gleich stark. Das ist, finde ich, schon aller Ehren wert. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ gegenüber dem BMW, sondern ich meine das einfach nur sehr positiv diesem ganz besonderen Sondermodell gegenüber. Und ich glaube, das unterstreicht nochmal das alles, was ich gesagt habe. Das Ding ist eine absolute Waffe. Ein Fahrzeug, naja, man kann sagen, ein Rennwagen, ein Cup-Rennwagen für die Straße. Megageil. Und ja, ich würde sagen, wir wollen natürlich mit dem Fahrzeug noch ein bisschen mehr anstellen. Und wir wollen natürlich das Fahrzeug ein bisschen tunen noch in der heutigen Ausgabe. Und deswegen gehen wir, würde ich sagen, ja, schnurstracks zurück zum Festival. Gucken vielleicht nochmal einen ganz kurzen Blick drauf auf das Fahrzeug. Was man vielleicht noch erwähnen kann, wir haben hier ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Was man auch eigentlich sieht, wenn man mal auf den Beifahrersitz reingehen. So, hier auch nochmal. Oder ist es ein 5-Gang? Ich weiß es gar nicht. Ne, es müsste ein 6-Gang sein. Und ja, schon sehr besonders auf die Handbremse. Mega cool. Ja, 450 Stück, limitiert. Wie gesagt, das kann ich nochmal erwähnen. Ich habe es am Anfang ja gesagt. Ja, und ich finde es auch so. Ich finde es schon cool. Das Fahrzeug kam im Übrigen mit mehreren Farbkombis. Bis daher, tatsächlich. Ich meine immer mit diesen Felgen. Also mit diesen roten Felgen. Aber es gab tatsächlich mehrere Farbkombinationen. Da müssen wir kurz reingucken. Und ja, ich glaube, die sind auch vollzählig dabei. Eben mit dem Gelb. Wobei ich finde, das Gelb-Rot sticht sich ein bisschen. Oder beziehungsweise das Rot-Weiß mit Gelb sticht sich ein bisschen. Wenn das Weiß-Schwarz wäre, glaube ich, dann würde es richtig cool aussehen. Blau, genau. Und ja, das sind coole Farbkombis. Ich meine, Weiß-Rot geht eigentlich immer. Aber wir bleiben halt bei dieser Farbkombi. Die finde ich eigentlich ganz nice. Und ja, jetzt gucken wir mal, was wir so tunen können. Was wir da so rauskitzeln können aus dem Fahrzeug. Wir sind jetzt ja lang genug in der Serie gefahren. Eigentlich die halbe oder die Hälfte der Folge. Deswegen wird es jetzt höchste Zeit, da ein bisschen mehr rauszukitzeln. Wir könnten 1,6 Liter rein 4-Zylinder-Turbo-Rally-Motor einbauen. Wäre ein interessanter Umbau, gerade auch das Fahrzeug auf Rally umzubauen. Glaube ich, würde es sehr gut funktionieren. Wir könnten natürlich auf Allrad oder sonst was gehen. Aber wir bleiben mal beim Frontantrieb. Finde ich cool. Wir könnten die Forza-Splitter anbringen. Wir könnten Heckflügel anbringen. Ja, machen wir alles mal nicht. Wir bleiben so, wie wir sind. Was wir aber machen, wir machen mal die Semi-Slicks drauf. Also noch mehr Grip. Ja, noch breitere Schlappen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wo wir da so hinkommen. Machen mal hier, naja, das ist ein bisschen zu weit. Aber die erste Stufe sollte klar gehen. Und hinten könnten wir wahrscheinlich ins Maximale gehen. Wobei, machen wir es eher so. Steht sonst zu weit raus. Wenn wir jetzt gleich das Fahrwerk einbauen, dann sieht das gleich vielleicht nochmal ein bisschen besser aus. Den nochmal ein bisschen tiefer legen. Ich glaube, das dürfte schon optisch ganz gut aussehen. So, erstmal nochmals bessere Bremsen. Ja, sind ja nicht schon gut genug gewesen. So, genau. Jetzt nochmal ein bisschen tiefer legen. Und dann sieht es... Da können wir hinten doch nochmal ein bisschen rausstehen lassen. Hat das ein bisschen getäuscht. Ja, der hat ja auch Brei gebacken. So, Gewichtsreduktion. Nochmal mehr. Klar, warum nicht? Nochmal mehr rausschmeißen. Zum Beispiel den Beifahrersitz. Könnte man theoretisch rausschmeißen. Bleibt aber trotzdem drin. So, dann machen wir es doch eins weiter noch. Das geht klar. Und ja, dann würde ich sagen, beim Motor. Da geben wir einfach volle Hütte. Gerade in 2 Liter vielleicht auf einen 2,3 Liter oder so. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Wir kommen auf jeden Fall in die S1-Klasse. Mega krass. Aber ich glaube, vom Grip her können wir da auch ganz gut rumtanzen. Achso, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Auf wie viele Liter sind wir hoch? 2,3. Wie ich es mir gedacht habe. Das ist ja meistens so, diese Schritte vom 2 Liter geht es auf den 2 Liter. Alter, das ist ja richtig krass. Was kann man da rauskitzeln? Guckt euch das mal an. So, dann sind wir hier bei 374 kW. Ich rechne das ganz kurz mal um, was das denn in PS ist. Denn die meisten von euch, denke ich doch mal, möchten lieber die PS-Werte hören. Ansonsten schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ich diese Umrechnung nicht mehr machen soll. Aber ganz ehrlich, ich rechne das auch für mich selber irgendwie um, weil ich mit PS mehr anfangen kann. Das sind dann 500, ja, 508,498. Also, ja, fast hätten wir aufrunden können. Also, sagen wir mal, 508 PS, 609 Newtonmeter Drehmoment. Und wir haben immer noch einen Frontkratzer. Und ich bin mal sehr gespannt, ob wir damit trotzdem ganz gut fahren können. Ich hoffe es mal. Es wäre auf jeden Fall mal ein interessantes Projekt. So einen Power-Frontkratzer habe ich sowieso mal vor als Projekt. Vielleicht auch mal als PXH-Edition umzusetzen. Nicht, dass ich jetzt irgendwas versprechen möchte. Aber so für mich hätte ich schon mal Bock, so was zu machen. Einfach mal den Frontantrieb auch ein bisschen mehr zu zelebrieren hier im Spiel. Weil man hat immer Heck oder Allrad, meistens Allrad. Aber mit Front, das ist doch auch mal eine coole Geschichte. Ja, klar, hat man ein bisschen durchdrehende Räder am Anfang. Aber ich finde es auch schon mal ganz cool irgendwie. Ja, ein bisschen untersteuernd jetzt auch im ersten Moment gerade beim Anbremsen und beim Rausbeschleunigen. Da könnte man vielleicht überlegen, sogar beim Diff ein bisschen rumzuspielen. Dass man vielleicht sagt, wir sperren, naja, mal nur 30%. Das sollte eigentlich erst mal reichen. Beim Rest würde ich erst mal jetzt nicht groß, ja, vielleicht nicht ganz so viel Sturz vielleicht. Gerade vorne nicht so, weil, naja, brauchen wir eigentlich nicht so. Vielleicht hier eher sogar hinten etwas machen. Da würde ich auch nichts machen. Hier auf jeden Fall mehr Stabilität rein. Und ja, für die Profituner unter euch in Forza sind es umgedrehte Werte. Fragt mich nicht, warum. Normalerweise, wenn man positiv macht, ist es für Stabi und negativ für, naja, ein bisschen agiler. Hier ist es umgedreht. Ansonsten empfehle ich auch mal meinen Tuning-Guide. Da erkläre ich das auch nochmal. Wir machen auf jeden Fall vorne deutlich weniger Reifendruck rein. Getriebe lasse ich erst mal. Sind auch bei 5 Sekunden jetzt von 0 auf 100. Laut Hochrechnung hat so eine Sekunde gewonnen. Ja, und wenn der so ein bisschen tiefer gelegt ist, kommt der auch nochmal schön breiter irgendwie daher. Ja, relativ stabil. Wir könnten mal versuchen, das, was sie tatsächlich auch schon vom F1 zu dem, beziehungsweise vom normalen RS zum F1 gemacht haben, nochmal expliziter zu tun. Also wir könnten tatsächlich versuchen, hinten erstmal Forza-typisch allgemein zu reduzieren, aber auch vorne sogar etwas weichere Stabis zu machen. Wir könnten versuchen, vorne härter würde ich es eigentlich nicht unbedingt gerne machen wollen. Wir könnten aber tatsächlich hinten einfach das Ganze ein bisschen so machen. Ja, da würde zwar für die Stabilität sorgen, aber dann können wir vorne ja vielleicht doch nochmal extremer werden. Lass mich da mal kurz überlegen und hier auch ein bisschen vielleicht weicher machen, beziehungsweise hinten einfach die Dämpfer härter erstellen. Das würde, glaube ich, auch schon mal was bringen, um ein bisschen mehr sportlich auf der Hinterachse zu sein. Wir müssen noch aufpassen, dass wir gerade beim Frontkratzer und bei so viel Leistung nicht ein extremes Lift-of-Overs hier bekommen beim Anbremsen. Aber ich glaube, das passt schon. Ich meine, das fühlt sich sehr, sehr untersteuernd an. Aber mal ganz ehrlich, bei so einem krassen Fahrzeug, beziehungsweise bei so viel Leistung und 500 PS in einem Frontkratzer ist viel Leistung, ist es schon okay so. Und ich finde es immer noch sehr, sehr angenehm zu fahren. Man muss ein bisschen aufpassen. Es fordert einen anderen Fahrstil, aber geht absolut klar. Man könnte tatsächlich, es ist aber auch ein bisschen Forza-bedingt, in Real Life würde man das, was habe ich jetzt gemacht? Oh mein Gott, ich habe irgendwas gestartet, was ich gar nicht starten wollte. Ah, okay, ich bin hier rein. Okay, nicht schlimm. Ja, in Real Life würde man das vielleicht nicht so extrem tun, aber ich glaube, hier würde man, das könnte man das tatsächlich mal versuchen, noch weichere Stabis. Ja, jetzt einige schlagen mich, aber es ist Forza, da machen solche Sachen vielleicht sogar Sinn. Wir probieren es einfach aus. Ich würde trotzdem sagen, wir fahren vielleicht mal, wir setzen einfach mal eine Route zu diesem Rundstreckenrennen. Dann können wir das ja auch so ein bisschen als Testweg auch nutzen. Ja, und da auch die Frage, da frage ich vielleicht mal nach Feedback, wenn nicht sowieso du schon geschrieben hast in die Kommentare, wie du es findest. Ich habe heute mal bewusst nicht direkt die Testschrecke aufgesucht, sondern ich habe bewusst mal, gerade weil es ein bisschen was zum Fahrzeug zu erzählen gab, erst mal die ganzen Daten rausgehauen. Währenddessen sind wir ja trotzdem ein bisschen gefahren. Auch ein kleines Rennen haben wir gemacht. Okay, ich habe es ein bisschen verkackt. Nein, ich will jetzt nicht über einen Schotter fahren, aber egal. Ja, wie du das findest, dass wir auch mal so vorher ein bisschen Geblänkel machen und dann die Testschrecke aufsuchen und dann eben tunen. Oder sagst du, nee, lieber erst auf die Testschrecke gucken, wo die Rundenzeit ist, während der Testschregenrunde vielleicht ein bisschen was erzählen und dann, was noch fehlt, halt danach ergänzen. Ja, sag es einfach mal, wie du das findest. Nicht, dass ich das immer so machen möchte, aber so ein bisschen halt einfach mal eine Abwechslung, dass es nicht immer nach Schema F abläuft in den Folgen, sondern mal so, mal so ist, mal die Testschregenrunde vielleicht am Anfang, mal mittendrin, vielleicht sogar auch manchmal am Ende. Ja, so wie es halt gerade vielleicht auch zum Fahrzeug so ein bisschen reinpasst. Da mal gerne Feedback geben, wie du das jetzt heute fandest, dass ich jetzt am Anfang ein bisschen mehr zu diesem Fahrzeug erzählt habe, bevor wir eben auf diese Runde gingen. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ich hätte einfach links fahren müssen. Ja, man merkt halt extrem dieses Untersteuern beim Anbremsen. Vielleicht sollten wir da über die Bremsverteilung, auch hier umgedrehter Werte im Übrigen, sollten wir vielleicht mal versuchen, etwas nach vorne, äh, nach hinten zu legen. Also mehr ist, das ist so kompliziert. Eigentlich sind höherer Werte, mehr nach vorne, aber hier ist es umgekehrt. Warum auch immer. Also wenn wir jetzt hier erhöhen, dann machen wir mehr Bremsdruck nach hinten oder die Verteilung mehr nach hinten. Ich würde sagen, wir machen mal mehr nach hinten, um das Untersteuern zu reduzieren. Mal gucken, ob das gelingt. Normalerweise macht man mehr nach vorne, um mehr Stabilität auf der Bremse hinzukriegen, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir hier so ein extremes Lift-off-Oversteer haben. Jetzt müssen wir nur hier mal gucken, wo wir ein bisschen härter anbremsen können. Ja, aber das ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Wir probieren es jetzt mal ausgleich beim Rennen. Da haben wir ja ein paar Kurven, wo wir anbremsen müssen. Gleich die erste zum Beispiel. Wir können aber mal kurz hier diese Insel versuchen zu umfahren. Ja, das geht schon klar, würde ich sagen. Ich würde sagen, das geht klar. So. Mal gucken, wie wir hier gegen die anderen Super-Hot-Hatches so ankommen. Gerade gegen die Allrad-Hot-Hatches bin ich sehr gespannt. Ja, und die nächste Season, also Season 17, die ja ab Donnerstag Nachmittag beginnt, ist ja schon so ein bisschen eine Renault-Season. Denn wir bekommen ja einige Renault-Modelle mit ins Spiel. Eben wie angesprochen, eine vierte Generation des Megane. Da bekommen wir eben den Megane RS mit rein. Da freue ich mich sehr drauf, weil wir auch erst vor, naja, ich will jetzt nicht sagen vor kurzem, aber, glaube, innerhalb der letzten 100 Folgen ja uns auch mal den Megane RS 250, der dritten Generation, eben da angeguckt haben, da vorne Pferde in gelb. Und da habe ich ja auch mal ein bisschen versucht, mit einem Frontkratzer im Winter hier im Spiel unterwegs zu sein. Und das hat super viel Spaß gemacht. Ein super cooles Fahrzeug, hier dieses hier. Und eben den Nachfolger davon, den bekommen wir eben nächsten Monat mit rein. Dann kriegen wir den Alpine, den neuen mit dazu. Der läuft ja nicht mehr unter Renault, das ist jetzt eine eigene Marke Alpine. Aber die Basis oder der Ursprung hat er natürlich vom Renault Alpine. Dann kriegen wir vor allem, auf was ich mich sehr freue, den Clio V6 wieder mit ins Spiel. Also die Rückkehr von alten Forza-Teilen zurück. Sehr geiles Fahrzeug, Mittelmotor V6 in einem Clio. Mega krasses Fahrzeug. Wir kriegen den Clio Concept mit rein. Und ja, noch ein paar. Also wirklich, wirklich cool. Es wird ein richtiger Renault-Monat. Ich weiß, der eine oder andere kann damit vielleicht nichts anfangen. Aber glaubt mir, diese kleinen Kompaktler von Renault, gerade Renault Sportabteilung, die sind schon cool. Die machen schon immer Spaß zu fahren. Ist mal was anderes. Aber ich freue mich drauf. Also das könnte schon ganz, ganz coole Season werden. Also nicht gleich abschreiben und sagen, oh, ist das scheiße. Ja, ich glaube, das könnte schon ganz cool werden. Und wer weiß, vielleicht, vielleicht, vielleicht eröffnet das ja die Wege für manch andere kleine Sportwegelchen. Nenne ich es jetzt einfach mal. Gerade so mal, na, Seat. Würden viele, glaube ich, von euch gerne sehen. So ein Seat Leon Cupra oder so. Wäre schon cool, ne? Also vielleicht auch mal andere Modelle. Vielleicht mal auch gleich der neue Golf oder so mit rein. Aber ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, was sich da in der Kompakt-Sport-Klasse noch so tut. Überhaupt in der Kompakt-Klasse. Ja, macht aber schon Spaß zu fahren. Und ich glaube, auf der Bremse, das ist gar nicht schlecht. Wie gesagt, ist kein Vergleich zu einem Hinterradantrieb, ist kein Vergleich zu, ja, manch anderen Fahrzeugen. Ist immer noch sehr untersteuernd vom Gefühl. Aber, ey, das kann man super gut einkalkulieren. Und ihr seht ja, man kann hier super, super gut auch gegen die vermeintlichen Allrad-Bestien ganz gut bestehen. Und das auf so einer kurvigen Strecke wie die hier. Ich meine gut, klar, durch die Forza-Flügel könnte man halt mehr Anpressdruck erzeugen. Dann wäre das natürlich nochmal deutlich angenehmer zu fahren. Aber ihr kennt es ja, ich baue ja gerne Fahrzeuge auf, die auch optisch ein bisschen authentischer aussehen. Ich meine diese Allrad-Umbauten und Forza-Flügel drauf. Ich will es nicht sagen, das kann jeder. Ich meine, auch da gehört ein bisschen Können dazu beim Tuning. Aber ich finde, wenn man es doch schafft, so Fahrzeuge aufzubauen, die trotzdem sich ganz gut fahren lassen, dann ist das auf jeden Fall auch irgendwo eine Kunst. Und ich finde es auch immer wieder spannend, sich selber dieser Herausforderung zu setzen, mal sowas auszuprobieren. Natürlich brauchen wir nicht darüber diskutieren. Allrad-Umbau, Forza-Flügel und so weiter drauf ist schneller. Die Fahrzeuge sind besser. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber im Rahmen dessen, dass ich das eben nicht tue, finde ich, ist das immer eine ganz coole Challenge. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, wir machen nochmal vielleicht ein kleines Rennen. Vielleicht dieser Sprinter über den Berg. Ich würde sagen, das können wir auf jeden Fall noch machen. Zum Schluss der Folge, dann sind wir nämlich schon wieder am Ende. Viele Infos, viel Input. Wahrscheinlich die Hälfte konnte man sich gar nicht merken. Aber ich empfehle da einfach mal, sich ein bisschen vielleicht selber schlau zu machen über das Modell. Habe ich auch nicht anders gemacht, weil ich selber auch. Ich wusste zwar, dass es den gibt, aber was jetzt genau da der Unterschied ist zwischen Megane RS und eben mit der F1-Edition, mit dem hier, das wusste ich auch nicht. Das habe ich auch nachrecherchiert, um es dir jetzt dann zu präsentieren. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Berichte von ganz vielen Fachmagazinen, die dann darüber ein bisschen berichtet haben. Und ja, auch über die Nordschleife ist das Fahrzeug tatsächlich gefahren. Die Zeit habe ich mir jetzt nicht notiert, aber ich glaube, es war eine 8 Minuten 14 oder sowas. Bin ich mir aber selber nicht mehr so ganz sicher. Natürlich in der Spezifikation, wie ich den jetzt aufgebaut habe, würde er wahrscheinlich die 8 Minuten easy peasy schlagen. Einfach aufgrund dieser Mehrleistung. Alright, ein bisschen angelehnt. Und bedenken, wie klein der Megane jetzt hier ist, wenn man das gerade verglichen hat mit dem Astra, der ein paar Jahre später ja dann rauskam. auch nicht so viele Jahre später wie der hier, aber doch ein paar Jährchen. Ist das Ding schon irgendwie klein, das hat eher so von der Größenordnung denkt man eher, das könnte ein Clio sein, aber ist tatsächlich ein Megane. Ich meine, von der Generation, muss ich auch ehrlich sagen, sind mir die Meganes weniger als kompakter, kompakter Sportler in Erinnerung geblieben, sondern eher diese Limo-Varianten von Megane. Gab es ja eben auch als Stufenheck-Limo und so weiter. Und davon, glaube ich, hat man auch relativ viel auf den Straßen gesehen oder sieht es sogar zum Teil immer noch von der Generation. So richtig aufgefallen ist mir der Megane selbst oder bewusst geworden, erst tatsächlich mit der dritten Generation, wo dann eben der RS rauskam, eben den gelben, den wir gerade vorher gesehen haben. Macht aber echt Spaß zu fahren. Ich muss sagen, es macht echt Spaß. Ich muss ein bisschen aufpassen und mit mir ans Gas gehen, aber im Großen und Ganzen geiles Fahrzeug. Macht echt Laune. Ja, ich hoffe, du hattest auch viel Spaß mit dieser Folge, hast ein bisschen was mitnehmen können, hast vielleicht jetzt ein klein wenig ein anderes Bild zu diesem Fahrzeug, wo du sagst, ja, ich dachte, das ist irgendwie ein Scheißding, aber ist ja eigentlich ganz geil, klingt ganz interessant, muss ich doch vielleicht mal ausprobieren. Ja, dann habe ich, glaube ich, meine Mission vielleicht ein bisschen erfüllt und wenn dir die Folge so oder so gefallen hat, dann lass sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Ich würde mich aber auch genauso freuen, wenn du in der nächsten Ausgabe von Forza Horizon hier auf dem Pixel-Laden-Kanal wieder mit dabei bist. Ich bin nämlich jetzt an dieser Stelle raus und bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Mach's gut, bis dann. Tschaui! Tschaui! Tschaui!